ja hallo leute wir sind hier im campus tv studio und wir haben gerade unsere live sendung hinter uns gebracht von einer halben stunde gegen ihn zu ende und wir haben jetzt schon quasi alles abgebaut nur noch das schlagzeug steht und das moderatorenpult und neben mir steht johannes lüttgen der drummer der band juice die heute hier live in der live sendung war und genau wie hat es dir heute gefallen super hat es mir gefallen ich habe es auch zum ersten mal gemacht und sehr gut gelaufen juice hat vor drei wochen eine ein album aufgenommen eine cd aufgenommen mit sieben tracks falls ihr diese hören wollt wo kann man die sich besorgen die kann man leider jetzt nicht bei itunes runterladen aber man kann zu einem konzert von uns kommen man kann sich erkundigen wo wir als nächstes spielen das macht man am besten auf meiner homepage und dann kann man sie persönlich bei mir kaufen du bist natürlich auch hier weil wir mit euch eine campus session gedreht haben am mittwoch der anlass war diesmal ein bisschen anders als bei den ersten zwei bei den ersten zwei sessions wie war denn der anlass genau der anlass waren diesmal mein bachelor abschlusskonzert was ich jetzt nach viereinhalb jahren studium an der hochschule endlich absolviert haben wenn ihr jetzt weiter dran bleibt dann könnt ihr auch die campus session sehen mit juiced in der black box in der musikhochschule viel spaß dabei und wir hoffen wir sehen uns bei der nächsten session die 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 Musik 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 Ich möchte Sie gerne alle mal kurz einzeln vorstellen. Das ist der Oliver Naumann am Sachsen-Ford. Applaus 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 Und mein Lieblings-Kantarassist und unfassbarer Athlet, Silo Alisabella. Das nächste Stück heißt Invite to Countdown. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik